Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Ori and the Blind Forest in der Definitive Edition. Ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich umsonst. Habe ich mich erstmal verhaskelt hier. Habe ich meinen letzten Part übrigens vergessen, beim ersten Part, das einzublenden. Naja, Sachen passieren. Jetzt haben wir das hier erleuchtet. Jetzt schießt das Ding da, aber die nächste Lampe ist an und wir müssen jetzt das timen. Ach Mist, beim letzten Ding runtergefallen. Okay, machen wir das nochmal. Das sah sehr gut aus. Easy, geht doch. Das war blöd. Ich hätte es speichern sollen. Erstens das und zweitens hätte ich nicht A gedrückt lassen sollen und direkt auf das nächste Jump Patch springen sollen. So, abspeichern. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, das können wir abspeichern. Weiter geht's. Wir können unten oder oben lang gehen, glaube ich, hier an der Stelle. Das weiß ich noch. Ja, und unten gibt es nochmal irgendwie einen Fähigkeitspunkt. Den holen wir natürlich, ne? So viel Zeit muss sein. Ja, du hast eine Fähigkeitszelle gefunden. Jetzt erhältst du einen weiteren Fähigkeitspunkt. Rufe den Fähigkeitenbaum auf, um deine Fähigkeitspunkte zu nutzen. Wir haben schon wieder zwei. Müssen wir den öfter mal nutzen. Ich finde das super in der Definitive Edition, dass man den Dash so früh holen kann. Das habe ich zum Beispiel noch nie vorher gemacht, den Dash so früh zu holen. Aber es ist halt super cool, dass das geht. Finde ich. So. Natürlich werde ich erst mal getroffen. Warten wir, wir speichern hier oben am besten mal ab. Aber wir können auch direkt hier Fähigkeiten. Machen wir das beides. Wir machen es ja vermutlich so 100% das Spiel. Mal sehen, aber ich denke schon. Oder zumindest nah an 100%. Da ist die Tür offen. Aber wir können noch ein bisschen Erfahrungspunkte, glaube ich, holen. Wir werden nochmal hochfahren. Ich glaube, links war auch noch was. Ah, da können wir noch nicht hin, oder? Nee, da können wir nicht wirklich hin. So, nochmal abgespeichert und weiter geht's. Ich kenne leider schon die Lösung des Rätsels hier, deswegen können wir das jetzt einfach machen. Ach, Mist. Aber die Timings habe ich nicht drauf übermerkt. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, so aber. Jetzt lassen wir die Kugel hier liegen und gehen hier rüber. Und betätigen den Hebel. Und damit haben wir den Dash freigeschaltet. Da haben wir wieder die Kugel. Boah, sieht das toll aus. Ohri, sieh nur. Obwohl unser Licht in diesem Dunst schwach geworden ist, hat es die Dunkelheit vertrieben, die diesen Ort umgab. Ja, jetzt können wir alles sehen hier in der Gegend. Und hier vorne ist der Baum. Der Baum, der man leicht verpassen kann. Eki wollte zu Naro, doch als er ankam, war sie fort. Er war schnell wie der Wind und sprintete mit Eile, doch umgeben von Dunkelheit verlief er sich. Du hast den Sprint gelernt. Drücke RB, um ihn zu nutzen und in deine Blickrichtung zu sprinten. Tada. Du hast ein Kartensteinfragment gefunden. Ich will gerade, ob ich wirklich hier runter möchte. Wenn ich ehrlich bin. Oder ob ich nicht wieder zurückgehe, aber. Ah, hier war das mit dem Speed-Ding, ne? Da muss man schnell durch. Aber wir müssen die Tür erstmal komplett aufmachen. Und dann dächen wir hier durch. Oh mein Gott. Zum Glück speichert der automatisch. Aber wir haben lange nicht mehr gespeichert gehabt. Das kann man hier wieder speichern. Ja, tötet er mich. Das machen wir nochmal. Mist. War das knapp. Wir sind halt sehr langsam, das muss man sagen. Also, das ist schon ganz schön tricky jetzt hier. Das zu machen. Wenn man mehr Fähigkeiten hat, zum Beispiel auch Luftfläch und sowas. dann ist das deutlich einfacher. Wenn dieser erste Sprung nicht klappt, dann ist man schon verloren. Mist. Geschafft. Aber das, was wir hier tun können, können wir gar nicht machen bisher. Wir haben noch nicht den Stampfer dafür. Um das hier zu machen. Aber wir kommen vielleicht zum Kartentisch und können dann abspeichern. Und uns teleportieren vor allem. Weil dann müsste der Echern hier dann auch wieder... Oh, eine Lebenszelle. Das ist schön. Ah, hier ist ein Teleporter. Wunderbar. Wir sollten später hierher zurückkehren. Es gibt noch so viel zu erkunden. Unten sollten wir den Ort finden, den sie einst ihr Zuhause nannten. Oh ja. Aber wir gehen noch nicht später wieder hier zurück, weil wir müssen noch mal ganz kurz den Kartentisch suchen, weil der ist nämlich hier vorne. Oh, wir können da gar nicht hin. Oder? Warte. Doch, wir können da hin. Oh mein Gott. Wie peinlich ist das denn jetzt, Ori. Dräng dich mal ein bisschen mehr an hier. Okay, wir müssen von oben springen, sonst wird das nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das tust du mir jetzt gerade nicht wirklich an, oder? Es gucken Leute zu, Ori. Das kannst du jetzt nicht wirklich machen, Ori. Das geht doch nicht. Ein Doppelsprung wäre so gut gerade. Den gibt es im Spiel. Keine Sorge. Aber wir haben ihn halt noch nicht. So, jetzt können wir die Karte wenigstens machen. Ach so, haben die Kartensteine... Oh. Wir hatten auch einen Kartenstein eingesammelt. Scheinbar wurde das nicht gespeichert, dass wir den mitgenommen haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Ähm. Na ja, gut. Dann ist es leider so. Was soll man machen? Weiter geht's. Hop-Quest weitermachen. Aber jetzt sind wir deutlich schneller. Wir können uns deutlich öfter in Gegner reinbewegen und uns damit wehtun. Das ist doch super, oder? Wir können das öfter wehtun. Hier können wir vorher auch nicht lang, oder? Ich glaube nicht, dass das Spiel das möchte, dass ich hier langgehe. Ne, ne. Ich glaube, das Spiel möchte das noch nicht, dass ich da langgehe. Hehehe. Natürlich trifft er mich in der Luft. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sterben und wir den ganzen Weg latschen müssen. Also jetzt können wir hier weitergehen. Als ob. Als ob. Lügner-Spiel. Hehehe. Als ob. Lügen darf man nicht sagen, Spiel. Stein Nummer 2, da oben ist eine Fähigkeitszelle. Natürlich. Da brauchen wir vier Energiezellen für. Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Ja, können wir aber noch nicht machen. Weiß gerade nicht mehr genau, wie man da unten hinkommt. So, dann holen wir uns das Ding hier oben. Okay, ich glaube, dann müssen wir auch das hier holen. Dann haben wir sie alle. Das Timing war aber gerade ganz schön komisch, wie die geschossen haben. Geht doch. Wir haben bestimmt was vergessen hier, aber ist schon okay. Das kriegen wir schon noch hin. Wir werden eh nochmal überall durchlaufen. Traurig fanden sie mich vor. Schlafend und still. Wie erzählten Ori die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens? Könnte ich speichern? Doch. Ori, der Geisterbaum, er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Ich rief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Ich rief nach Ori, doch, ich rief nach Ori, doch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Okay, ich muss mal gucken, wo wir jetzt lang gehen. Man kann da vorne runter, man kann auch hier runter. Es gibt viele Wege, viele Wege für nach Rom. Ah. Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seine Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Und du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du X zum Aufladen gedrückt halten und dann X loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Ja, zerstören klingt immer gut, finde ich. Zerstören, doch es darf nicht mir gehören, wie man schon weiß, durch Rammstein. So. Das heißt, wir können auch das Ding jetzt hier zerstören, aber ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Ah, es gibt XP immerhin. Gar nicht so dumm, wenn ich ehrlich bin. Jetzt überlege ich auch, ob wir nicht lieber nach oben gehen wieder, aber... Es gibt halt so viele Wege, die wir gehen können. Es ist immer ein bisschen... Ich möchte alles entdecken. Nicht unbedingt 100% immer alles. Es kann sein, dass ich dann ein paar Sachen nicht mache oder so, mal sehen, aber... Im Großen und Ganzen möchte ich dann doch schon alles entdecken. Alles Wichtige zumindest. Es muss keine 100% auf der Karte stehen, weil das ist schon ganz schön schwierig. Das hat auch damals relativ lange gedauert bei mir. Ah, guck mal, das kommt mir doch aus der Steuer, oder? Ja. Ich glaube, damit kommen wir ja genau. Wir kommen nur zurück zu einem Ort, wo wir schon waren. Okay. Das ist also eine Abkürzung. Das ganze Spiel ist in Metroidvania, kann ich ja mal ganz kurz sagen. Also Metroidvania heißt es, weil das in Metroid und Castlevania auch schon so war, dass man halt Fähigkeiten freischaltet, mit denen man an Orte zurückgehen kann, wo man vorher war. Oder Abkürzungen freischalten kann dadurch und so weiter. Also alles ist irgendwie so ein bisschen mit Backtracking und, aber es macht halt eben auch Sinn zu Backtracken, weil man halt an bestimmten Orten noch nicht weiterkam und so. Klar, man kann natürlich jetzt sagen, die Game Designer haben das ganz explizit so geplant, dass du zurückgehen musst und so. Aber es gehört ja auch dazu zu Metroidvania und ich mag das Konzept von Metroidvanias und wir werden nur noch das ein oder andere Metroidvania bei mir spielen hier auf dem Kanal irgendwann. Wenn ich denn da die Zeit finde für all das, was ich so gerne spielen möchte. Es gibt nämlich so vieles, was ich spielen möchte und so wenig Zeit, die ich habe. Insgesamt gesehen. Okay, da oben kommen wir noch nicht hin, aber ich weiß, dass wir später Fähigkeiten haben werden, mit denen wir da hoch können. Da oben kommen wir auch nicht hin, noch nicht. Also mit einem Dreifachsprung kann man das schaffen. Wenn man das richtig timet und alles. Okay, ich sterbe. Ich speichere hier einmal ab, auch wenn ich nur ein Leben habe, aber ich muss es jetzt irgendwie schaffen. Tja. Ach, der Gegner ist einfach weg. Das ist doch schön. Das freut mich, aber ich habe kaum noch Leben. Gib mir Leben. Ach, danke. Okay. Kommen wir da hoch? Ja. Wir wollen aber hier vier Stück. Das haben wir noch nicht. Hm, sehr appetitlich, oder? Ah, das ist eine Extra-Challenge. Für eine ganze Lebenszeile. Das ist auch schön. Aber wir können jetzt nicht mehr speichern. Wir müssen die Challenge jetzt beenden. Ah, das kriegen wir hin. Ich mag diese kleinen Extra-Challenge-Räume. Ich mag das sehr, mit dem Spiel. Da kann man sich entscheiden, machst du es, oder machst du es nicht? Ah, warte mal. Wir können das Ding noch da oben zerstören. Wollen wir das jetzt auch machen? Ist das das, was wir tun sollen? Wir haben keine Aufladung mehr. Das ist ein bisschen blöd, aber da oben gibt es neue Aufladung. Das können wir ja später machen. Ja. Ja. Sprechen wir erst mal ab und springen hier runter. Oh, da habe ich dem Spiel vertraut. Und was macht das Spiel erst mal? Macht mir erst mal Schaden. Gibt mir erst mal einen dicken, fetten Schaden. So ist das Spiel dann. Oh. Eine Energiezelle. Wunderbar. Wir haben bestimmt schon eine Energiezelle und so verpasst. Moin, Dart-Fan. Wir haben bestimmt schon Dinge verpasst, aber das ist nicht so schlimm. Okay. 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 Nicht ins Wasser, bloß nicht ins Wasser. Das Wasser ist nicht gut. Okay. Hier können wir noch nicht weiter. Aber wir können auch mal leveln wieder. Fert mir gerade ein. Wir sind auf Angriff gehen. Natürlich. Ich bin dem einen ausgewichen, das andere trifft mich dann natürlich. Was an die gleiche Stelle ist, wo ich zurückgesprungen bin wieder hin. Ah. Schönen guten Abend, Lusi. Schön, dass du auch da bist. Bei diesem wunderschönen Spiel. Bei dem ich gerade fast verrecke, weil ich kaum noch Leben habe. Also, ich habe noch ein Leben. Nicht so gut. Hm. Ich dachte, vielleicht kommen wir hier rein. Aber da ist eine Energiezelle und eine Lebenszelle sehe ich da. Oh, der hat Leben fallen lassen. Glaube ich. Ne, war kein Leben. Schade. Aber ich habe wieder Leben bekommen. Wo auch immer ich das herbekommen habe. Einfach mal abspeichern. Endlich Feierabend. Ich habe Feiertag und Urlaub. Beides auf einmal. Ups, die falsche Taste gedrückt. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Da oben soll man noch nicht lang gehen, glaube ich. Ich gehe da trotzdem. Nur um sicher zu gehen. Nicht, dass hier noch eine extra Herausforderung ist, die ich schon machen kann. Der ist jetzt tot. Okay, gegen den kann man noch nichts machen. Okay, das war nicht so gut. Da haben wir den ganzen Erfahrungspunkt jetzt verloren. Wir müssen jetzt trotz nochmal hier lang. Hochgepokert und alles verloren. So ist es halt manchmal. Schade, man kann hier nicht durch. Zu schade. So, ich speichere mal wieder ab. Oh, nee. Jetzt aber. Okay. Ich will erst mal gucken, ob der mir helfen kann, irgendwas hier aufzumachen. Irgendeinen Weg. Nö. Dann töten wir den einfach. Wo ist denn der Kartentisch? Der ist da unten, ne? Ja, wir müssen zum Kartentisch eben gehen. Das müssen wir schon noch machen. So viel Zeit muss leider sein. Wir haben aber ein Level Up dafür bekommen, ist ja auch schön. Also dafür, dass wir diesen Weg gegangen sind. Ich glaube, mit einem Doppelsprung kann man es schon schaffen, da hinzukommen. Ja, das ist ein Weg, wo wir noch nicht lang gehen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da hingehen. Ich glaube, das ist sogar das Ende des Spiels, da oben, der Weg. Hm. Naja. Aber wir können ja wieder leveln, stimmt. So, dann geht's weiter. Oh, da sind ja noch Gegner. Mist. Mist! Da waren noch Gegner. Das war gerade so fies platziert. Ja, ich bin echt tot. Wir müssen das nochmal machen. Aber ich vergesse immer, dass wir den Dash haben. So, dann speichern wir nochmal ab. So, bleiben wir kurz stehen. Ja, doch, man kann ja die Ligern aufleveln. Ah, okay. Komm, man doch. Okay, weiter geht's. Ich war fast beim Ginso-Baum. Wir müssen das Ding jetzt wieder zurück schieben. Und da sind wir beim Baum. Während Ori dem Wald Licht und Hoffnung brachte. Gaben andere nach und wurden von Finsternis und Furcht umfangen. Ein Goomwon aus den Aliens-Ruinen. Wir müssen seinen Fußabrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Neues Ziel. Gewinne die Wasserader zurück. Oh, die Wasserader bleibt der Ginso-Baum verschlossen. Tja. Aber wie wir den Ginso-Baum öffnen, das erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren stolz. Man hat immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschieds. Ich bin da. Tschüss. Und wir können auch das Beste aussehen.